Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Da das letzte Video so gut bei euch ankam, war ich heute wieder beim Pferdöner und teste ihn. Bilder gibt es am Ende. Und wenn ich den Döner aufhabe und ich ihn esse, dann melde ich mich wieder. Dann bin ich wieder da. Bis gleich. Den Döner teste ich jetzt. Döner sind so viel genommen, 120 Gramm. Da ist mir ein Grund, kommt wieder zu etwas. Da gibt es gleich vor. Aber kann man trotzdem gut essen. Da ist mir ein Grund, kommt wieder zu etwas. Da gibt es gleich vor. Aber kann man trotzdem gut essen. Das letzte Mal. Da hat das heute bis heute schon nicht zu lange gegangen. Für den Döner heute. Was abgesehen, aber nicht viel. Den Döner würde ich gerne 9,4 geben. Diesmal. Diesmal. Und den Döner gebe ich gerne 9,4. Aber allgemein würde ich den Pferd Döner mit allem geben. Und ich bewerte nur den Döner. Den gebe ich gerne 9,4. Haut rein. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss. Viel Tage zum Ende. Da und dort kann ich nicht vergessen. Tschüss. Haut rein. Macht's gut. Share their meeting especial. euch das Video drei Haut rein. Untertitelung des ZDF, 2020